Hallo und willkommen. Es ist Samstag Nachmittag. Wow, wie schön das aussieht. Samstag Nachmittag und ich laufe jetzt gerade zur Metrostation, um nach Valencia zu fahren, weil ich mich mit einer Freundin treffe und wir eine German Candy Challenge drehen wollen. Und deswegen habe ich meinen Rucksack mit einem riesen Paket von meinen Eltern. Also der Rucksack ist halt voll mit einem Paket von meinen Eltern, also mit so deutschen Lüssigkeiten und so. Also ich hatte so eine Liste gemacht. An der Stelle ganz liebe Grüße an Anna und Lilly. Danke für eure Hilfe. Und ja, viel Spaß. Bueno, ich bin Eva und ich bin von der Schule von Aquil Amiga, die Alemanin. Und sie habe ich studiert. Ich bin auf der Straße, ich bin auf der Straße. Also, wir sind jetzt hier gerade in Tudia und wir haben beschlossen die German Candy Challenge zu drehen. Und zwar haben wir eine große Box... Ich schnapp, ich schnapp. Eine große Box mit ganz vielen... Ähm... Was ist das? WTF? Ich habe das deutsche Essen, was sehr gut schmeckt. Und deshalb werde ich es probieren. Das wird sehr Spaß. Super. Después de esto... Es ist ein Schultat. Gut. Procedermos an was du gesagt hast. Wir sind hier und... Für das. Gut. Procedermos. Was ich hoffe? Open die Box. Und du... Das ist ein B****. Poishi... Wenn du es mit unserem Schwarz oder... Salz? Salz. Ich komme leicht. Es ist so einfach durch den Kontraste. Kontraste. ... De kontraste. Wir halten uns mit dem etwas. Die Pinta wird gut. Du willst es picar. Es ist ein Pic.. Pic... Picat. Pication. Open! Echt so. Man hat das eine... ... sein zu 10. Da ist sie ein bisschen. Hat dasel. Ich krieg's die, die ich... Ich nicht, die wir, j***. So ist es blöd. Nein, nein! Das ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Die Peniche sind ganz gut. Es ist gut. Er ist gut. Es ist gut. Und heute ist ein 10. Espe... Latios... Oh nein. Latios. Und das ist das? Waaah! Ah, pica! Waaah! Ja-ja-ja! Ja-ja-ja! Ja, ich habe einen 8. Ich habe einen 6-Bereien geprägt. Ich habe eine Gerbe. Ich habe eine Pille-Gallina! Ah! Das ist doch gerade! Das ist doch 10! Das ist doch 10! Das ist doch 10! Es lo que venden en el puto Mercadona Ah, te necesito también No, que va Esto me has hecho feliz Yo me he tenido que gastar dinero Pero te damos en pequeño Entonces es un logro para ti Malditos alemanes Tienen cosas que te Ahí te lo pica tú Me gusta con lo que pica Mejor me jaja Algo muy interesante Esto Un ratón De fresa Yo llena de migas Yo le doy un 10 Mira para el huevo Yo le doy un 9 Esto Es Kinder Le doy un 10 Poco esconder Esto también es de bueno Pensaba que era otro chiste Un 10 9 Su abuela Medi su abuela Su gran mother Bueno I love Gran mother De Gran mother In inglés I love Abuela Lara Es super bueno Un 20 Porque está hecho con el amor de una abuela Luego tenemos esto Es que solo tengo uno Pero lo podréis Es como un bizcocho Con canela Y todo Está buenísimo Ah, yo también ¿Está bueno? Un 10 Lo mismo que había leído yo Lo que viene a ser Galletas De canela, ¿no? Eh Y tú también Tú, engorda Que nos quieres Que te dices Está bueno Un millón Dos millones Me caso Ya lo acabo en el puente Solo Ahora acabo con galletas Están tan buenos Esto, ¿eh? ¿Cómo se llaman? 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 ¿Pitufos? 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 En alemán se llaman Schlumpfe Schlumpfe Estos son los Schlumpfe Que vienen a ser Pitufo Y lo que vienen a ser Schlumpfe Me ha quedado pegando un 10 No, es que no puedo masticar No, me ha quedado ahí Yo por el sabor Le he dado un 10 Pero por el hecho De que se me pegan los dientes Le doy un 8 Está muy bueno Correte Me pegan mucho A ver Luego tenemos esto Aquí no hay Esto ¡Muy bien! ¡Corre, Mredón! ¡Corre! ¡Cómo coño! No come, guarda ¡Hala, hala! Está quemando A mí me gusta el... ¡Me he encontrado! ¡Lo que ha dicho yo! ¡Me he pedido esto sonado! ¡No sonado! ¡El de contras no mora! Eva Prux de vídeo ¡Darle like! Vale Por estrella han ganado los conguritos O sea, no me jodas ¡No me jodas! O sea, naranja o Coca-Cola Me da igual Por la vista de estos Naranja o Coca-Cola Me da igual Naranja Naranja Y Coca-Cola ¡No! No, pero todo ¡No! 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 Bei Coupon Toffee To-to-to-fice Das ist das Caramelos Das ist das Schokolade Und da ist es eine Avellana Ein 10 Me gusta Wenn ich in Deutschland le mache ich tráfico Lala! Mándame! 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 Mándame 10 paquetes Creo que ya está Pues hasta aquí el vídeo de la semana nano Esto es la hostia Suscribiros Y darle like Ya que no le de like Caneig! A eso Vengo yo con mi español A aprender alemán Jajaja Also das was Metician video Braaa! Tschüss 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 Und A Lieblings Tage To Pan Hey! Ja, ja ja. Ok, adios. My friends, quiero que sepáis que os quiero. Esto es la ostia, es to droga. Esa es para la nariz. Ah, que no es picante, es pimiento. Esas son las tontas. La del chiste no lo habla. Ah, es como si se iba saltando. Más ja, ja. Eres sin duda dedicándose a esto. Come, 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 come. Igual se siente al hacerlo. arrrmph Untertitelung des ZDF für funk, 2017